Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video LS19 auf der Klanchenhof mit Fabi Soll ich ein bisschen nach vorne fahren? Ja, vielleicht Ey, jetzt sind die Michelin-Dinger voll verbaut Ähm, nicht wunderbar, wieso ich jetzt neue Reifen drauf habe Das ist, wir haben jetzt den neuen Beta, und zwar den V3 Ähm, jetzt sind die Michelin-Dinger ein bisschen Glaube ich komisch und meine Blaulichter Äh, äh, Blaulicht Ich sag schon Blaulichter, also meine die Lichter Genau So Was? Ist wirklich schön da Ist bei Mithas Ja Ist gut Okay Okay Als erstes Uh Oh 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 Ich werde ne, nings werden geblieben So, sind das für Reifen? So! Das sind Reifen, Alter. Die gehen bestimmt gut durch. Schonend zur Gülle ausdenken. Ja, ist wirklich so. Ich hab glaube ich ein bisschen überbreitet, wenn ich so eine Radkaste angucke. Aber nur ganz klein bisschen. Junge, ich fass grad so ins Tor. Alter. Hab ich doch gesagt. Du fass uns doch grad so weit. Du würdest einsammeln fahren, mit dem Ding. Ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Du warst mit dem Betrag den da rein setzen. Und dann Gülle gefahren hat es. Ja. 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 Wir müssen sagen, drei Tage her. Wenn wir sind es mal wieder mischt. Was gekalkt werden oder sowas? Was gekalkt werden oder sowas? Blühen? Unkraut? Ja, eigentlich. Doch, doch, die Wiese. Was ist das? Kalk oder was? Ja. Ja. Du bist ja nicht schlapp. Ich weiß. Hm. So. du äußerst immer hier gelangt uns zu verarschen du kommst gar nix kannst du fiert haben aber endlich sind die Michelin-Dinger voll schwarz die sind ein bisschen braun angebrannt die waren zu lange zu lange man kann das Ding heute nicht was schneller auffüllen Leute äh, weißt du das? weil ich gerade lebe der Stadt ich soll's arbeiten, Junge ja, ich hab den aufs Feld geschickt und muss dann aber wieder in den anderen ach, Gott meine Güte natürlich, unhaushilte powered haben das wird erst mal meine kleinen Mbeta ein bisschen sauber he wenn das weiße Nacht mehr auffällt he no es wird nur ein schönes Mbeta-Gewicht he noch nicht ja kann man sich einfach editieren vom 17er äh, außer dass der nicht reflektiert ne, wie reflektiert ist doch äh, äh äh äh, ich weiß nicht war das ein Stein oder was? äh, also aus Beton oder war das aus? ja Beton äh äh okay, trotzdem die Cube Reflection muss man irgendwie einbauen das ist ja wie gut aus was denn ist ich muss trotzdem bauen wir mal rein komm, äh kommst du ja durch die Straßen durch? ah, jetzt sind nämlich die Dinge wieder weiß ja, easy passt ich brauche nur die ganze Straße jetzt ich brauche nur die ganze Straße jetzt jetzt glaub noch mal vorbei weiß ich aber, bauer Platzi, oder? so ich brauche die Pflegebereite ach ach du nö nö 3 Prozent Nulling So lässt es jetzt arbeiten Elbster verkleinert wird Doch hast du ach so dann habe ich auf der kleinen angefangen, aber habe jetzt gerade auch eine große Quatte weil hier liegt nur eine Bahn, oder eine halbe ach, die Warenkalk war jetzt schön mit, dann schmeckt das Futter auch bestimmt besser jetzt habe ich auch noch Mais, äh, also ne, Excel-Gut-Fahrbar-Undrecker wo ja, ein bisschen so, ein bisschen grün Ja, das ist ein Auffallgrün, also ein bisschen. Ja, aber nicht so krass wie der hier. Ja, ist ja klar. Ja, okay, jetzt hat er... Und jetzt hat er schon gewaschen. Oh Mann, du... Äh, wieso bist du im See? Weiß ich auch nicht. Ich wollte ein bisschen sauer machen. Machen wir Platz dafür. Hallo. Ja, ist doch sauer geworden. Jetzt wird grüner, Stefan, weiß. Äh, fahr mal ein bisschen ins Ziel rein, dann wird es wieder schön. Wird nicht weiß. Eigentlich müsste er weiß werden. Ähm. Reif, danke. So drückst du gar nicht sauber. Ui! Ähm, da ging es auch einmal ein bisschen weiter. Ey, guck mal, jetzt ist der Tag schon wieder sauber. Du bist wahnsinnig total sauber. Hä, wie ich gerade in den Ziel reingefahren bin, ist du wieder sauber geworden. Vielleicht da hinten, aber hier vorne nicht. Äh, nö. Äh. Überhauptsache ich hier. Wow. Äh. Bin ich da nicht gut, dass du auch. Bist du jetzt Hulk? Ja. Das ist kein Monster. Äh, äh. Hinten auch noch so dicke Reifen drauf machen. Ja, genau. Bist noch auf alle Maschinen. No. Ist noch kein Gras am Willen. Okay. Macht Spaß. Was? Da durchzufahren. Ja, ich will, dass der, äh, Weiß wird eigentlich, aber. So, und hier soll das jetzt sauber werden. Jetzt heißt es vorsichtig. Mh. Ne, da steht Fazi nicht zu tief ins Wasser. Bei mir nicht. Also, ich war ja... Ich war bis zum, ähm, Dings, tja. War doch noch den Bischlindinger umgesehen. Und so. Bei mir gucken nur die rundherum Funktionen raus. Hauptsache, aber da drin, kriegt er dann eine grüne Farbe. Gibt die. Soll ich mir einmal putzen? Dann würde er dann nur noch weg. Dann müsst ihr euch den Hof gleich verraschen. Ja, und dich kriegst mit. Ja. Du bist auch mal, das erste Mal daneben, sauber. Ja. Du schon mit dem Hotel, gar nicht? Aua. Nein. Das glaube ich nicht. Guck, jetzt kallig ich auch schön den Garten von den Nachbarn. Ist auch gut. Ich kann nicht besser im Rasen. Ja. Das glaube ich. Das glaube ich. ...eventuell nicht ausgestellten. Wie schnell es auf geht. Mhm. Aber ein Winnie geht immer noch. Hä? 2,5 GB willst du verarschen? Junge, ich hab 12,6. Bei 10 Minuten war ich auch bei 1 GB gerade mal. Ey, du kommst mal grad nicht zurück von groß. Nein. Über dir muss man jetzt Platz machen. Naja. Oh Gott. Ey, was soll das denn jetzt heißen? Was hältst du davon bei der iPhone gerade? Ja, Fabi. Ne, der Anhänger letztens. Ja, ja, komm, 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 komm. Ich hab jetzt mal einmal rund. Einmal rund bekommen werde ich. Ich hab ja auch die andere Wiese auch noch gekalkt. Ja, und? Minimum. Ey, ich hab auf die andere Wiese zwei, drei Bahnen gezogen. Einmal rund. Und? Ach jo, der Walther hat halt eine Pflegebereifung drauf, oder was? Da hab ich mir auch ums so gedacht, ey. Selbst wenn's mal gleich zum Feld an der Pflegebereifung. Mal platz hier, Alter. Kann ich mir einfach nicht heißen? Mh, 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 mh. Nee, hab ich, hab ich die nicht beim Feld hier eingestellt? Ja, Mann. Weg. Kannst du mal kurz gucken, weil das Feld noch gegrubelt werden muss? Äh, oben. Äh, moin, jetzt bist du bestimmt sonst hier unten gefahren. Komm, fahr doch zu, Alter. Bist du schon voll, oder was? Nee. Fertig. Ach so. Musst du aufpassen, es ist so ein kleiner Betag, steht irgendwo nur rum. Aber eigentlich müsste der dich nicht stören. Nee. Nee. Eigentlich. Das ist ja ein platzsparente. Äh, bei den Silos. Ach, der ist ja gar nicht stören. Aber das war's für die Silos. Das Video von Assern durch das Schrauffeld vorbei. Frage vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.